Okay, Bin Laden ist anscheinend getötet worden und das ist Anlass zum Massenfeiern, vielleicht weil manche Leute glauben, dass der Kreislauf des Unrechts mit diesem Mord enden wird. Aber Regierungen lösen nicht das Problem des Bösen, weil Regierungen immer einen Feind brauchen, mit dem sie der Angst einjagen können, der Kaiser, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Drogenhändler, Terroristen und so weiter und so fort. Aber wer ist der Feind? Der Blutzoll für amerikanischen Imperialismus? Mehr als 27 Millionen Menschen weltweit umgebracht. Nun, ich schätze 27 Millionen und einer wird nun alles besser machen. Selbst wenn wir sagen, dass Bin Laden gefangen oder getötet werden musste, sieh dir nur die Fakten an. Die US-Regierung hat 10 Jahre, 2 Kriege, fast 1 Million Tote und 1,1 Billionen Dollar ohne Zinsen und Inflation gebraucht, um eine Person zu töten. Dies ist dieselbe Person, die die Vereinigten Staaten ausgebildet, finanziert und bewaffnet haben, um die Sowjets in den 1980ern zu bekämpfen. Dieselbe Person, die die Taliban ausliefern wollten, fast ein Jahr vor dem 11. September, sofern die amerikanische Regierung objektive Beweise für eine Verbindung zum Terrorismus liefert, was die USA nicht taten, selbst nachdem die Taliban Washington gewarnt hatten, dass Bin Laden einen Schlag gegen die USA plante. Nach dem 11. September boten die Taliban erneut an, Bin Laden in ein neutrales Land auszuliefern oder an den Internationalen Strafgerichtshof in Lahag, sogar ohne Beweise. Das Angebot wurde abgelehnt. Und Beweise? Colin Powell versprach, sie würden erbracht werden. Das geschah niemals. Die britische Regierung stellte ein 21-seitiges Dossier über Bin Laden zusammen, gab aber zu, dass es nicht zu einer Anklage vor einem Strafgericht reichen würde. Erinnerst du dich, als Saddam Hussein gefangen wurde? Das war auch Anlass zum Feiern. Und was hat sich verändert? Wenn die Tötung von Bin Laden ein großer Sieg war, gut gemacht, gebt uns unsere Freiheiten zurück, kürzt den Verteidigungshaushalt um die Hälfte, holt die Soldaten nach Hause, weil die Sache ist erledigt. Wie? Das wird nicht passieren? Dann hör auf zu feiern und wach auf!